... zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst ich das einfach genau? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblieben. Nicht als Feiglinge! Verreicher und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das geschmeißene deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Bitte gerne, jetzt beruhige dich doch. Die Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, Irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Sie wollen, was Sie wollen? Wie ist denn das? Ich weiß, was Sie wollen, was Sie wollen? Hören Sie zu? Wohin!